herzlich willkommen liebe leute zurück zu einer weiteren runde xeres rückkehr ja es ist relativ dunkel muss ich doch zugeben und ich suche noch immer den friedhof den fritschow ich weiß noch nicht so genau wo ich den finden muss kann aber dann wird's heller oh warte sag jetzt nicht das ist das was ich denke was es ist es ist bereits die küste das ist nicht so gut ich sehe hier aber auch nichts oder zumindest nur sehr dunkel ja die wölfe hatte ich letztes mal mit dem feuersturm hier zerlegt ich finde diesen gottverdammten friedhof einfach nicht mehr mann komm schon ich finde ihn einfach nicht mehr scheiße ich hab keine ahnung mann jetzt werde ich verfolgt wisst ihr was ich gehe einfach erst mal wieder zurück ich kann das hier einfach gerade noch nicht lösen ich kann das hier gerade einfach noch nicht lösen zum beispiel auch noch nicht so stark genug fühle um dieser quest irgendwie her zu werden wir machen das einfach später es läuft ja nicht weg hoffe ich jedenfalls und ja zwei tipps habe ich bekommen erst mal noch mal vielen dank für all die kommentare unter den letzten folgen mal wieder war ziemlich geil mal wieder zu lesen zwei sehr gute tipps habe ich bekommen bezüglich noch mal zu dem richtstab den sollte ich in der belia festung finden und den blutfliegenstachel bei konstantino selber aber ich bilde mir ein der handelt gar nicht mit mir also das kann gut sein dass das nicht der fall ist weil das wäre so einfach ich bilde mir ein dass er nicht mit mir handelt ich kann mich aber erinnern dass er glaube ich im hauptspiel mit mir handelt und dass er wirklich da einen blutfliegenstachel hat deshalb müssten wir das ganze jetzt einfach mal überprüfen und ja einfach mal abchecken hey du hey you ne der handelt nämlich nicht mit mir das wäre zu einfach gewesen raus aus meinem welt da gibt es eine ebenheit wenn es sein muss warte mal aber ich werde mir jetzt keinen mana teil kaufen das kannst du ja sowas von vergessen andererseits ne ich hab nicht genug gold ich habe nicht genug geld für neue spruchrollen ich werde ja schon froh sein wenn ich mir den geld was ich jetzt habe mir den richtstab kaufen kann das wäre wirklich eine gute waffe weil ich bilde mir ein der hat 35 schaden oder so ähm ja so geschlafen bis zum nächsten morgen haben wieder genug mana und porten uns zu xerdas dem dämonen beschwörer oh yeah it's so scary bitch okay und dann gehen wir mal in die belia festung und schauen einfach mal ob wir dort den richtstab kriegen ich weiß leider nicht genau wie viel schaden er macht ich meine die da bin ich schon ganz oben ich meine die axt die ich jetzt habe die macht halt 40 das ist nicht wenig erstmal aber die hat natürlich nicht so viel reichweite das stimmt schon so belia ich bete zu belia und hoffe dass das spiel nicht abstürzt was bei teleport vorgängen leider ab und an der fall ist was bei teleport vorgängen leider ab und an der fall ist da hat es 50 schaden aber 600 gold habe ich leider nicht das wäre zehn schaden mehr durchaus wirklich eine passabel alternative andererseits ich glaube dass die 200 goldstücke Kion aufgetrieben wäre gelacht wenn ich das jetzt nicht hinkriegen würde ich habe mehr als genug scheiß hier rum nicht das rohe fleisch das werde ich alles verarbeiten das gut aber ich hatte hier noch noch zombie fleisch zum beispiel das kann zum beispiel weg das brauche ich wirklich nicht blaubeeren ach ich bin eigentlich so ein mittlerweile ich habe früher habe ich immer so gespielt dass ich wirklich ähm allerlei sachen verkauft habe was ich wirklich nicht für irgendwelche quests gebraucht habe oder sonst was mittlerweile ist es aber so dass ich angefangen habe zu horten ich habe wirklich angefangen den ganzen quatsch den ich vielleicht noch gebrauchen könnte zu horten paar fackeln können weg krallen die fälle ey das bringt mir kaum geld das ist ein bisschen zum kotzen deshalb will ich die lieber behalten erstmal weil die mir halt einfach kein geld bringen ja nachholder behalte ich mal noch fischsuppe fischsuppe warum sollte die baron bekannt sein ähm oh die feldrüben muss ich behalten für die eine quest mich fragt ja keiner zielingstorn brauche ich noch der rote baron brauche ich noch boah ja ich habe keine ahnung wie ich jetzt noch ein geld kann machte antiker kriegsführung ja das kennen wir noch aber das ist viel wert das buch ja ich habe es ja schon gelesen das kann ja eigentlich weg falzspitze kann weg dieses eine paar krallen verkaufe ich jetzt mal noch matthäus flugblatt kannst du haben knochen eines goblins mich fragen die äste können erstmal weg ist das hier fackeln fälle in des schattenläufer das behalte ich mal noch ich bin mir fast ziemlich sicher dass das nochmal für eine quest relevant werden könnte so und dann hatte ich doch hier noch ein beutel ja jetzt fehlen uns aber trotzdem noch 13 goldstücke aber weißt du was komm lass uns handeln ach warte mal die axt selber könnte ich noch verticken die axt selber die ich habe die kann dann noch verkauft werden das schwert will ich mal als ersatzwaffe behalten falls ich doch mal umgelatzt werde wenn ich hier so rein gucke ist das ganz schön viel wert ne aber ach ring der eisenhaut den mana bonus ring ganz ehrlich würde ich jetzt erstmal verkaufen ich würde den jetzt tatsächlich erstmal verkaufen weil momentan zauber ich fast gar nicht wirklich nur absoluten notfall und falls ich den wieder brauche ich bin mir sicher ich werde noch einen finden bin ich mir ganz sicher so dann gibt mir mal den richtstab andererseits gleich mal eine alternative gucken holzverlags andererseits ich habe erst 30 stärke oder so ne 40 stärke dürfte ich haben oder 45 dürfte ich haben warte mal wenn ich jetzt noch 5 stärke bekommen würde könnte ich mir eigentlich gleich diese holzverlags kaufen die macht 10 schaden nochmal mehr als ne warte mal der richtstab macht genauso viel schaden das wäre dumm das wäre dumm die holzverlags zu kaufen genau das habe ich auch gesagt und wegen 5 schaden brauche ich mir nicht die helle bade wobei die helle bade kostet aber 50 goldstücke weniger andererseits der richtstab ist jetzt schon ein bisschen was wert ja ja das ding kann schon einiges und ja jetzt brauchen wir halt noch 25 stärke fürs schwert das nächste level ab ist noch ungefähr die hälfte hin also mich brauchst du das nicht so Weg mit der Waffe naja der richtstab der ist schon geil muss man jetzt einfach mal so sagen so Bospas Verlieferung sollte ich beim Jägerlager in der Nähe von August der Wetter und dann kann ich mir ausrichten ja ok die vermissten derjenige der ersten vermissten gemeldet hat heißt Gerbrand und wohnt im Oberen Viertel da komme ich aber noch nicht hin ausstehende warntransporte ich habe die Rüben verloren ja aber hier brauchen wir halt noch den anderen Hof aber den kann ich ja erst machen wenn ich die Sache mit Tonack abgeschlossen habe jetzt brauche ich irgendwo noch einen Blutfliegenstapel das hätte er doch besser wissen müssen hey du lass uns handeln vielleicht hat einer von denen durch Zufall einen dabei aber oh der hätte auch einen Richtstab aber gut das K ist jetzt halt zum Gebrauchtwaren ich habe den jetzt zum Gebrauchtwaren Händler mutiert aber wollte er oder nicht so mal gucken ob die eigentlich müssten hier zu Flächen einen Fliegelstachel haben wäre ja lustig hey aber die handeln glaube ich gar nicht mit mir das ist ja schade hey ne da bringt mir noch was bei hey oh du machst gar nichts ok geh mal wieder raus genau das habe ich auch gesagt hm oh ok soweit habe ich es verstanden also hier kriege ich auch keinen Blutfliegenstachel ja das ist ja schade du siehst aus wie ein Händler du kannst noch 100 pro handeln alter aber na gut daneben nicht ja der Richtstab ist schon eine geile Sache muss man sagen zwar jetzt teuer aber ich komme auf jeden Fall wieder an mehr Gold ja der arme Kahn kann ein Leib ja Lass uns mal zurück zu Sardas lecker hm so tja was ist jetzt der Plan könnte die Sache für Bospor jetzt erstmal erledigen mit dem Jägerlager glaube ich da sollte ich vielleicht sogar weil ähm wäre jetzt glaube ich so eine Quest die ich lösen könnte und warum sollte ich das nicht einfach tun aber dafür teleportiere ich mich jetzt mal nicht in die Stadt sondern ups oder sondern ähm hä was ist hier denn los wieso ist hier auf einmal Wasser oder bin ich gerade blind nö das ist Wasser ich glaube das ist ein Bug ich glaube der Weg soll nicht unter Wasser stehen hä ok also die die auch gerade Xeros Rückkehr spielen privat habt ihr das auch ich lade einfach mal neu rein mal gucken ob es dann weg ist das ist ja doch sehr seltsam ne steht ja ganze Weg unter Wasser naja was weiß ach und äh ich glaube Manu war's hat sie mir geschrieben ich könnte den Räuber ziemlich easy besiegen ähm ich vermute er meinte oder was Manu ich weiß es leider gerade nicht ganz genau sorry ähm viele neue Kommentare schreibe die ich so noch nicht kannte ähm auf jeden Fall hat mir jemand geschrieben ich könnte diesen Räuber ziemlich easy besiegen aber ich also ich nehme an mit Runterschubsen von der Klippe aber so weit war ich jetzt noch nicht genau hier muss ich hin wir machen das ganze in Ruhe ich meine wir haben ja Zeit kein Zeitdruck alles cool und vordermachen Zombiefrau ich hab mich fast gemacht OneHit bringt bestimmt ne Menge Erfahrungspunkte aber ich sollte hier nicht zu nah zu den anderen Zombies locken bisschen weiter weg von dort scheiße was oh ein Hauch von Pestilenz durchtrömt dein Körper ok ja das mit den ganzen Krankheiten das wurde mir auch gesagt aber die hat mich ja fast OneHit gemacht das fand ich jetzt nicht so nett ich stehe erst unter Wasser also ich fühle mich gerade noch nicht stärker obwohl ich 45 Stärke habe und ne Waffe die eigene ich habe noch neun Lernpunkte sehe ich gerade ich habe neun Lernpunkte was will ich denn damit jetzt anfangen Sekunde hatte ich das jetzt schon gelernt mit dem Blutfliegenstachel nehmen hatte ich das jetzt schon ich bilde mir eigentlich ein dass ich das schon gelernt hatte aber unabhängig davon ich würde die neun Lernpunkte jetzt auf Stärke investieren das Problem ist ich nehme heute ein paar Folgen auf also wirklich einige Folgen damit ich für die komplette Woche abgedeckt bin das heißt heute neun mindestens sieben Folgen nehme ich heute auf es wird heute ein längerer Nachmittag und da könnt ihr mir leider jetzt nicht so sehr helfen in den Kommentaren wahrscheinlich also wenn ich heute einen Fehler mache und ich schreibe das unter dieses Video als Kommentar dann sehe ich das erst in acht Videos denn wie gesagt ich möchte ja gewährleisten dass jeden Tag ne Folge am Start ist ihr versteht aber gut gehen wir erstmal ja das liegt auf der Hand dass ich jetzt erstmal zu den Jägern gehe und die Botschaft von Bospor überbringe ich war auch noch gar nicht beim Söldnerhof und so weiter fällt mir gerade mal ein schon seit wie vielen Folgen spiele ich dieses Let's Play keine Ahnung ich war doch nicht einfach beim Söldnerhof ey weil ich hier so viel zu tun habe ist echt so Hey du Draco Mia Hi Hi Wer seid ihr? Wir sind Jäger in den Wäldern vor Korinis und verkaufen unsere Beute meist an die Händler in der Stadt hier haben wir eines unserer Lage Ich soll dich von Boss begrüßen er braucht neue Fälle Ach ja ich hab hier einen Stapel Könntest du Die ausliefern? Wenn ich dir damit einen Gefallen tue gerne Es agen wir rechnen ab wenn ich in die Stadt komme Bin schon unterwegs Ok da hab ich jetzt eher irgendwie sowas erwartet wie ja unsere Fälle sind letzte Nacht gestohlen worden bringen sie uns zurück von dem und der Koblenarmee und so weiter sowas in die Richtung Aber gut Und kommt ihr zurecht? Es reicht zum Überleben Lohnt sich die Jad hier? Oh ja In den Wäldern hier wie möchtest von Tieren Man darf sich nur nicht zu weit hineinwagen Warum nicht? Würdest du laufende Skelette und verrückte Guglins als jagbare Tiere ansehen? Eigentlich nicht Na also Und wer bist du? Ich heiße Dragomir und bin der Anführer dieses Lagers Kann ich mich den Jägern anschließen? Du bist noch etwas zu schwach Hast ja noch nichts auf den Reppen Bei uns geht's manchmal ruppig zu Komm später wieder Nein Bis dann Ich weiß nicht ob die Jäger hier auf Kurin ist als eigene Gilde Also als eigene Ja doch Fraktion gelten, keine Ahnung Auf jeden Fall liegt hier ein Loot, den würde ich dann doch mal mitnehmen Ah der Autosave war jetzt auch noch hinterher Aha So Okay Pfeile nehmen wir alle mit So Oh Gott Ja man der Loot ist real Und hier wären auch Wolfsfälle gewesen für Bospa So Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts Muss auch mal sagen ähm In Classic Ruines als Beispiel Wäre das sowas von überhaupt nicht möglich man So ne Art äh Verlieferung an den Fremden zu übergeben Und dass der ihm ne anderen gibt oder so Das wäre nicht mehr ein Kruger Was tust du hier? Solltest du nicht in der Kaserne sein? Nein Sollte ich nicht Hab die Schnauze voll Aber warum? Den ganzen Tag gangle ich am Schießstand rum und steh mir die Beine in den Bauch Jeden Tag Da bist du doch nicht der einzige Hör auf Die Medizin Dieser ignorante Haufen Nicht einer will bei mir Armbrust lernen Keiner Und was ist mit mir? Die erste Einheit ist kostenlos Weil du der Erste bist Habe ich denn jetzt schon ne Boni bekommen? Ja 5 tatsächlich Ja Gut Armbrust Ist jetzt weniger mein Ding aber Ich meine was solls So Wir haben die Fälle Und können die ja eigentlich direkt mal Ruga bringen Äh Ruga sag ich jetzt schon Ähm Hier Bospa Erzähl Bospa der Bogner Bleib stehen du Lump Haben sie geschrien Aber der Dieb war zu schnell So hier hast du deine Fälle Mann Die Fälle sind von Dragomir Nicht von mir Gut Wie viel will er? Er kassiert wenn er vorbeikommt Auch gut Hier etwas Gold Danke Danke Bin ich jetzt deiner Meinung nach würdig Ein Bürger der Stadt zu werden? Ich werde warten Was die anderen Meister von dir zu berichten haben Und erst dann mein Urteil fällen Okay ich glaube die anderen Sachen hatte ich schon mit ihm besprochen Warte mal kann ich bei dir Fälle teurer verkaufen? Ich kann gar nicht bei dir kaufen Wieso traust du mir nicht? Na du wirst doch nicht ganz grundlos in die Barriere geworfen worden sein Mein Geschäft läuft gut genug, dass ich mich nicht mit Gesindel abgegen muss Ne der andere nicht mit mir und schade Aber ich würde jetzt noch mal kurz zu das die gehen Weil ich bin mir ein ich habe eigentlich gelernt die Blutfliegenstachel zu nehmen Aber aus irgendeinem Grund habe ich noch neun Lernpunkte Das verstehe ich nicht so ganz Oder hatte ich vorher elf gehabt und habe das gelernt und habe jetzt noch neun? Ich bin mir gerade unschlüssig Es kann doch nicht so schwer sein jetzt irgendwo hier einen Blutfliegenstachel zu organisieren man Das kann doch jetzt wirklich nicht so schwer sein Hey du! Was kannst du mir beibringen? Komm darauf an was du wissen willst Die Fliege hat am Rücken eine weiche Stelle Wenn du dort mit der Hand gegen drückst, fährt der Stachel sehr weit aus Und du kannst ihn mit einem Messer abtrennen Hatte ich das noch nicht gemacht? Ich habe den Dialog auf jeden Fall safe schon gehört Aber ich weiß nicht Habe ich irgendwann nochmal neu geladen und habe das Unwichtig Ich habe es jetzt gelernt Und sechs Lernpunkte habe ich noch, das ist alles was zählt Tja wo finde ich jetzt Blutfliegen man? Das kann doch nicht so schwer sein alter Achso und wegen dem Paket von Lieselotte, das machen wir jetzt noch in dieser Folge Da soll ich mich im Graben genauer beim Markthurm sehen Und das werden wir jetzt nochmal tun Ich glaube der Kommentar kommt aber von Manu Ach man ey Das wäre schön wenn wenigstens Das wäre so richtig lustig wenn diese Lotta in ihrem Angebot dann einen Blutfliegenstachel hätte Das wäre einfach so Nailed it Hast du von Drangga und Alvins scharf gehört? So dann schauen wir uns mal im Graben genauer um Angeblich soll die auch ziemlich besoffen gewesen sein Hatte Klaus zumindest gemeint oder ich weiß gar nicht wer es war Ja wir schauen uns jetzt mal im Graben noch ein bisschen um Nehmen den Graben mal ein bisschen genauer und die Lupe Digga das ist ein Witz Oh man das ist echt gut versteckt Richtig richtig gut versteckt man Nicht schlecht nicht schlecht Danke für die Tipps Leute Die waren sehr subtil aber Gut genug Dass ich es finden konnte Ist das hier dein Warenpaket? Ja Danke erzähl ich gar nichts mehr Bekomme ich jetzt eine Belohnung? Okay Ich gebe dir 50 Gold Ich habe etwas anderes gehört Außerdem kannst du jetzt mit mir handeln Lass uns handeln Wirklich? Das ist ja interessant Ich dachte gerade ey Eine Orchstatuette Ok Kring der Lebenskraft Was hat die noch so? Ein Ding Kurzschwert Ein Bogen Großschwert, Breitsschwert Die hätte auch einen Richtstab gehabt Ok Irgendwer muss die Arbeit ja machen So Jetzt sind wir wenigstens auch tatsächlich wieder ein bisschen flüssiger Eine Nagelkeule Mein Mann sieht das anders 40 Schaden? Nicht schlecht die können wir eigentlich als Ersatzwaffe behalten Noch Ähm Aber die Fälle kann ich halt Unbeschädigtes schwarzes Wolfsfeld Unbeschädigtes Das kann doch nie und immer nur 3 Gold wert sein Versenktes schwarzes Wolfsfeld Ok Ein Gold Oh Mann ey Ich muss das mit dem Handeln irgendwie noch ein bisschen rauskriegen Ich weiß nicht ob es da auch Praxiserfahrungen mit gibt 6 Lernpunkte Stärke wollte ich genau da gehe ich jetzt nochmal zu Karl Aber Karl Das tötet Menschen Oh Hi Barbara It's good to see you But I mean I mean You back Dammit Ähm Ich habe jetzt heute früh In meinen Discord So ein Bad Metal Forever Link gepostet Man das ist so geil Wenn ihr das noch nicht kennt Bad Metal Ist eine kleine Comicserie auf Youtube mit 3 Videos Also 3 Musikvideos eigentlich nur Im Comic Stile mit Batman Und das ist so geil animiert Kann ich euch nur empfehlen So Karl Ich will stärker werden Gib mir deine Stärke So Jetzt brauche ich nicht mal theoretisch nicht mal mehr die Ringe aber Wie viel habe ich denn jetzt? 48 Okay Das verstehe ich nicht so ganz Wenn ich den Timer laufen habe Wieso geht dann mein Handy einfach aus nach 20 Minuten? Das kann doch irgendwo hier in Mani sein ne? Okay Tja So was haben wir jetzt noch ein Quest ist offen Wieso das Paket haben wir jetzt erstmal endlich abgeschlossen? Oh abgeschlossen haben wir das jetzt abgeschlossen Ja jetzt bin ich auf seine Geschichte gespannt Achso es sind ja jetzt schon ein paar Tage vergangen Kann ich Argus jetzt schon mal auf seine Geschichte nochmal ansprechen? Ah ne ich habe ihn eigentlich schon mal auf seine Geschichte angesprochen Aber die war ja nicht wirklich interessant Also er hat nicht wirklich viel erzählen können Aber das können wir ja nochmal gucken Können wir ja nochmal überprüfen Aber ich glaube nicht dass da jetzt was gescheites nochmal bei rumkommt Ansonsten was war denn das Highlight dieser Folge? Ich glaube das Highlight dieser Folge ist dass wir jetzt endlich diesen Richtstab haben Beziehungsweise dass wir die Bosspack-Quest nochmal abgeschlossen haben Oder dieses verdammte Paket endlich gefunden haben Ja ich glaube ich nenne die Folge irgendwie mit dem Paket oder sowas Keine Ahnung Das mit dem Paket war jetzt noch am interessantesten Gib mir Informationen zu einer der Gilden Welche weckt dein Interesse? Keine von denen Also doch aber kenne ich schon Tja was machen wir denn jetzt als nächstes Marios Beförderung wir haben Snap erledigt Ich glaube da muss ich später noch mit Mario reden Bürger der Stadt Tja ich brauch nen Blutfliegenstapel man Zwillingsdorn Zwei starkes Minecraft Sekrethammer Ein Zwillingsdorn für Sumpfkrautpflanzen Es fehlt uns wirklich nur der Stachel Sumpfkrautpflanzen Hier Der Zwillingsdorn das Sekret und der eine Stachel fehlt uns noch Ich schlage vor Wir begeben uns jetzt Richtung Kof Also Richtung Söldnerhof Und Ja Also erstmal Richtung Taverne und dann zum Söldnerhof Und dann gucken wir einfach mal Was wir dort so für Leute treffen Quests annehmen können Beziehungsweise Blutfliegen finden Das wäre ja schon mal ein Highlight Von daher Ja Wir werden sehen Wir werden sehen Und wenn wir die Constantino Quest erledigt haben Können wir das obere Viertel und können Schon relativ gut weitermachen Also das ist dann schon ziemlich gut Und Ähm Wir würden vorankommen Wie gesagt mit der Rüstung Und mit der Waffe und mit den Stats Brauche ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu versuchen in den Wald reinzugehen Um Tonakt zu finden Ich glaube da muss ich echt noch Mindestens Also ich muss auf jeden Fall stärker werden So damit ich Auch mit Xardas die Xardas Quest machen kann Ich muss ja ganz im Nordosten Von Kurines Und muss ja ähm Muss dort ja äh auch Ähm Irgendwie diesen abtrünnigen Magier plattmache Ich weiß doch gar nicht so richtig wie ich das anstellen soll Beziehungsweise was mich dort erwartet Also da habe ich ja auch keine Ahnung Warte mal vielleicht hat er Orlan einen Blutfleisch Wo ist er denn? Ach hier bist du Lass uns handeln Lass uns handeln Das wäre auch zu einfach gewesen Das gibt doch nur noch mehr Werbe Naja natürlich hat er das auch nicht Ich verehre mich bald wieder Hier ein Ziel entgegen Okay Kann sich nie etwas ändern Dann Würde ich jetzt mal meinen In der nächsten Folge Gehen wir hier diesen Pfad weiter Richtung Großbauernhof Ich würde mich freuen Würdet ihr da auch wieder einschalten Wenn es heißt Let's play Xeres Rückkehr Bis dato Macht's gut und tschau Bis dato Macht's gut und tschau Bis dato Macht's gut und tschau Dich